Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder anscheinend ist hier zu einem neuen Lotus Video hier auf diesem Kanal. Ja, lange ist her, dass wir mal hier wieder mal ein Lotus Video hier auf diesem Kanal haben. Ist aktuell so, dass gerade ein bisschen sehr ruhig gerade rund um Lotus geworden ist, aber ein paar Sachen gibt es immer noch und das möchte ich euch hier heute vorstellen. Und zwar kam ein kleines Mini-Update für den KT raus gestern, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und natürlich haben wir Straßenbahnforsthausen abgegeben, wie der ein oder andere natürlich schon mitbekommen hat. Der liebe Joe hat sich dem Ganzen angenommen und präsentiert uns heute in schon einer sehr frühen Phase. Straßenbahnforsthausen 1.0 moddete bei Joe und das wollen wir uns heute hier mal anschauen, hier in dieser Folge. So, was ist denn jetzt hier so Neues am KT? Ja, BLV hat sich mal wieder herangesetzt und hat mal wieder ein bisschen getüftet. Natürlich muss man hier aber sagen, das Ganze muss natürlich immer ein bisschen gescriptet werden, denn ja, das ist natürlich Aufgabe von Kira, der das Ganze natürlich macht. Und was wir natürlich hier heute Neues haben ist, wir springen mal hier in unsere Fahrgastansicht, gehen mal nach hinten und schauen mal hier rein. Und ihr seht, wir haben jetzt hier den Rückfahrpult, der aktuell jetzt gerade am entwickeln ist. Und aktuell funktionieren wohl nur die Blinker. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, weil er gar nicht aufgerüstet ist, kann das natürlich dementsprechend nicht funktionieren. Wir werden das Ganze hier auf- und abrüsten, haben hier natürlich nur ein Wüscher. Und hier haben wir das ganze Fahren, Rollen, Bremsen, Gefahrenbremse. Ja, also das ist natürlich für das Rückwärtsfahren. Ja, soweit sind wir natürlich auch schon bei dem GT, ja, von Lotus selbst. Da kann man natürlich auch nicht wirklich was machen, aber natürlich wird das hier irgendwann mal alles umgesetzt werden. Wie gesagt, hängt natürlich davon ab, wie schnell Kira das Ganze natürlich dementsprechend umsetzen kann. Und sollte es da natürlich Neuigkeiten geben, werden wir euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. So, aber wie gesagt, ihr könnt das schon als kleines Gimmick hier nehmen. Ihr könnt hier schon mal ein gucken, mal schauen. Sieht man das auch von außen? Man sieht das sogar von außen, dass diese Klappe geöffnet ist. Wie großartig ist das denn bitte? Ach, ich finde Lotus immer noch toll. Ich finde Lotus immer noch toll. Allerdings sieht man hier, dass sich hier so ein paar Fehler drin stecken hier, BLV, ne? Und zwar sieht das hier natürlich hier an dem Fensterrahmen ein bisschen sehr komisch aus. Da muss er auf jeden Fall noch mal ran. Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich denke mal, eher nicht. Das sollte natürlich hier überall natürlich hier so aussehen, ne? Das sieht hier irgendwie halt alles ein bisschen anders aus. Es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht Schatten... Ich weiß es nicht. So, natürlich wollen wir uns... Oh, er hat sogar die Haltestange drin. Mensch! Das hatte ich zum Beispiel letztes Mal, wenn ich mir angesprochen habe, dass hier die Haltestange fehlt. Ja, und jetzt ist sie drinnen. War aber schnell gewesen. Und natürlich sollen auch die Sounds natürlich noch kommen, die wir in den letzten Omsi-Video gesehen hatten, ne? Dass der KT ja gemoddet war von Stockbrot. Der hatte da natürlich richtig originale Sounds drin gehabt vom KT, ja? Ich hoffe, dass diese irgendwann hier auch noch hier rein finden, den Weg. Ähm, wie gesagt, aber auch da ist es natürlich ein bisschen, ne? Der Muskiere natürlich ein bisschen ran. Allerdings ist er natürlich mega beschäftigt, ne? Hat jetzt irgendwie gefühlt, 20 Programme, äh, Projekte, die er da gerade am Laufen hat. Ich hoffe, dass er da irgendwie irgendwann mal so ein bisschen das Ganze mal so ein bisschen abwechselt. Ja, also ich würde mich persönlich freuen, wenn der Originalton denn irgendwann mal da wäre. Aber, nun gut, das ist jetzt erst mal so weit, dass wir jetzt, was wir jetzt hier von der Straßenbahn haben, das Mini-Update vom, äh, KT. Wir wollen uns natürlich jetzt mal ein bisschen Straßenbahn-Forsthausen hier anschauen. Was hat denn Joe hier mittlerweile, ähm, auf die Beine gestellt? Ich bin auch ganz ehrlich sehr zufrieden, dass, äh, Joe das Projekt, äh, sich angenommen hat und gesagt hat, komm her, pass auf, gib mir die Karte. Ich, äh, mach's besser als du. Und, ähm, ähm, wir wollen natürlich gucken, dass wir mal schauen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Und, äh, was wir jetzt hier schon mal aktuell sehen, ist, dass wir hier gerade an der Schleife in S-Bahnhof Mahlsdorf stehen. Und, was wir hier schon wichtigstes Detail sehen, ist, es ist, äh, zweispurig, so wie es im Original ist. Bei mir war es ja damals einspurig gewesen, weil ich zu faul war, da noch ein zweites Gleis ranzuhängen. Ich geb's offen und ehrlich zu. Jetzt kommt wieder, ja, ja, der Bio hat wieder geschlampt. Ja, das kann wohl gut sein, aber wie gesagt, der Joe macht das jetzt natürlich das Beste jetzt hier draus und, äh, updatet das Ganze. Ja, und, ähm, von daher sehen wir jetzt hier zum Beispiel, ist das hier jetzt hier zweigleisig, hat natürlich hier auch noch ein bisschen mit, äh, Dicks gespielt, hier mit ein paar Accessoires, wo ich finde, dass diese Tonne eigentlich voll hässlich modelliert ist. Ich weiß gar nicht, von wo kommt die denn? Also, hübsch ist anders. Wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen anschauen, hier, was der Joe hier so auf die Beine gestellt hat, ähm, fahren natürlich jetzt hier hier aus dieser Schleife raus. Auch hier muss man ganz ehrlich sagen, sieht man natürlich schon, was sich hier verbessert hat. Joe hat hier den abgesenkten Bordstein drinnen, ja, was, äh, wo bei mir einfach der Bordstein geendet hat, hat er hier einen abgesenkten Bordstein hier drauf gebaut. Das sieht natürlich ordentlich realistischer aus, als das, was ich damals so gezaubert hatte, ja. Also, so gut wie gar nichts, ne. Hier natürlich ein paar Fahrzeuge, weiß ich jetzt gar nicht, ob er die gestellt hatte oder ich, äh, auf jeden Fall, ähm, hat natürlich hier sich ein bisschen ins Zeug gelegt, weil ihr wisst ja, ich hatte ja gesagt gehabt, dass ja meine Karte zerstört wurde durch das letzte Update und, äh, mir eigentlich da dementsprechend, denn, ja, die Lust vergangen ist, hier an diesem Projekt eigentlich weiterzuarbeiten und deshalb ich die Strecke hin freigegeben habe, für jemanden, der natürlich das Ganze, ja, sich dem annimmt und das Ganze nochmal ein bisschen aufpoliert. Er hat natürlich hier auch weiterhin viele Bäume eingespart, um die Performance zu schonen. Ja, Straßenbahn Forsthausen gilt schon als eine Karte, die schon wirklich massiv in die Performance ging und das natürlich nicht geschuldet, halt durch diese ganzen massiven Baumanzahl, die wir hier hatten. Es war halt Forsthausen, Forst, ja, muss man ganz ehrlich sagen, viele Bäume, ähm, wird natürlich das Ganze dementsprechend jetzt halt ein bisschen reduziert und ich würde schon fast sagen, so um die 50 Prozent könnte man die Bäume hier schon, äh, wegnehmen, ja, damit das Ganze natürlich performance-schonender wird hier, ja. Äh, was natürlich auch noch wichtig ist, die Straßen werden ein bisschen verbreitet, dass hier auch zukünftig mal hier später mal Autos fahren können, denn teilweise sind die Straßen so eng gebaut, dass hier Autos eigentlich so gut wie keinen Weg hier rein finden und um das Ganze natürlich dementsprechend halt update-tauglich zu machen, müssen die Straßen natürlich dementsprechend auch angepasst werden. Mal gucken, ob Joe sich da ransetzt und das Ganze natürlich macht, äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier zum Beispiel auch schon, äh, ganz neu hier, hat er hier einen Sperrstreifen, äh, ja, hingeknallt hier. Ich weiß nicht, woher er das nimmt, ob er das halt, äh, aus Google sich rausholt oder sowas, damit das Ganze halt dementsprechend stimmig ist. Wir haben die Signale, wie wir schon sehen können, Ampeln, ob die funktionieren, das weiß ich leider nicht. Wir haben ein 30er Endzonen-Schild hier, das ist auch cool, das kenne ich auch nicht, das ist auch nicht von mir platziert worden. Und, ja, hier natürlich ein paar Bäume wieder eingespart, ne. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel ein Haus stehen und das war damals so, äh, zugewuchert gewesen hier, dass man das Haus gar nicht gesehen hat. Und hier zum Beispiel auch noch ein kleiner, ne, hier sieht man zum Beispiel, dass er wirklich hier sich dem angenommen hat und die ganzen Straßen natürlich dem entsprechend beschildert hat wieder. Schön. Ampeln und sowas waren eigentlich so in der Regel schon fast da gewesen, mussten natürlich nur nochmal neu eingestellt werden. Vielleicht mussten die Ampeln sogar ausgetauscht werden, weil die halt ja durch dieses letzte Update ja nicht mehr vorhanden waren. Auch sieht es hier aus, als ob man was an der Oberleitung gemacht hat. Das sieht nämlich ein bisschen profimäßig aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt von mir kommt oder ob das halt schon da war. Und auch hier, ne, sieht man zum Beispiel, ähm, sieht irgendwie gefühlt breiter alles aus, ne. Hier, Straßenschilder stehen hier. Wir haben hier zum Beispiel auch, äh, für die Straßenbahn hier, äh, sehen wir hier die neuen Splines, die zum Beispiel, die hier liegen, ja, dass der Asphalt so kaputt ist und alles sowas. Joa, das ist doch schon mal, äh, sieht schon mal sehr schick aus. Hier hängt ein Schild, äh, falsch, weiß ich nicht, äh, wer da geschnappt hat, ob ich das war oder der Joe. Also, auf jeden Fall, äh, hängt das Schild hier irgendwie ein bisschen auf halb Achtel. Ja, also, ihr wisst ja, ich bin ja Meister in sowas, äh, so Fehler raussuchen. Auch muss man sagen, er hat hier fast eigentlich alle Laternen hat er hier ausgewechselt. Er hat hier das Ganze gemischt bis zum Gehtnichtmehr. Äh, fällt mir jetzt gerade auf, ja. Oh, ne, die, die hat er noch gelassen hier tatsächlich. Die hat er noch gelassen. Was haben wir hier? Achtung, Ampel und das ist von mir. Das habe ich gemacht. Und sonst hier zum Beispiel auch die ganzen Haltestellenschilder natürlich hier dementsprechend ausgetascht. Oh, und er hat sogar das hier angepasst, hier 62, äh, die, die, die ganzen Bus- und, äh, Straßenbahnhaltestellen. Hier sehen wir zum Beispiel Wilhelmsmühlenweg, ne, also eigentlich eine sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Haltestelle, die er hier natürlich dementsprechend, äh, verbaut hat. Auch muss ich aber sagen, ähm, ich meine auch, wenn er versucht, das Ganze einzusparen, glaube ich, man guckt hier so ein bisschen ins Leere. Naja, gut, das ist halt jetzt noch das Gebäude. Ähm, das ist natürlich jetzt zum Beispiel ein Nachteil dafür, dass man jetzt halt wirklich massiv an, äh, jetzt versucht, die Performance zu schonen und alles sowas, ne. Wenn man jetzt hier natürlich hier langfährt, ja, obwohl, das geht eigentlich. Man darf halt, was ich ja persönlich mega, mega hasse, ist, wenn du irgendwo ins Leere guckst, ne. Also, das, äh, kann ich auf, absolut nicht ab. So, hier geht eine Straße lang. Die habe ich aber nicht gebaut. Die wird wohl der Joe gesetzt haben. Auch hier haben wir, wie gesagt, diesen Absperrstreifen hier, ne. Das sieht doch eigentlich schon relativ sauber alles aus. Ja, aber ob hier zwei Fahrzeuge nebeneinander passen, müsste aber eigentlich, oder? Das sieht hier irgendwie... Ja, ne, das sieht man schon, dass das halt nicht wirklich passt hier, ne. Hier ist echt eng, ja, dann wird es hier breiter. Aber für die Autos ist es hier wieder eng. Haltestellen hier hatte ich ja die Haltestellen verbaut gehabt. Äh, die fertigen, ne. Die wurden komplett wieder abgenommen. Und hier sehe ich gerade, hängt, äh, das Ding hier in der Luft. Ne, das sehen wir so schön, ähm, dass jetzt so zum Beispiel das Halterstellenhäuschen in der Luft hängt. Also, Joe, das darf nicht wahr sein. So, hier zum Beispiel ist mir das ein bisschen zu kahl. Da muss man irgendwann mal gucken, dass man da irgendwann noch was anderes ansetzt. Die Uhr, naja, weiß ich nicht, ob da jetzt eine Uhr sein muss. Hier ist ganz schön, ähm, hat da ein bisschen angepasst. Allerdings muss ich sagen, das stimmt so in der Wahrheit leider nicht. Denn ich glaube, meiner Meinung nach parken hier gar keine Autos. Aber, naja, gut, ein bisschen Fantasie kann man ja ruhig akzeptieren. Denn das ist nämlich die große B1 hier. Und, ähm, wenn ich mich recht erinnere, in dem Sinne stehen da keine Autos. Auch hat er das Ganze, das war ich nicht, oder? Naja, das war ich nicht. Er hat das Ganze hier echt nochmal angepasst hier. Das sieht eigentlich relativ schick aus. Hier auch nochmal so kleine Häuser dazwischen gestellt. Ja, dass wenn man von hier kommt zum Beispiel, die Häuser da sieht, dass da Häuser stehen. Oder ist, nee, das ist nicht von mir. Also so gerade stelle ich eigentlich in der Regel keine Häuser hin, oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Also, das Problem ist, dass es schon mega lange her, ähm, dass ich da jetzt nicht mehr weiß, wer da wie was gemacht hat. Auch haben wir jetzt, wie gesagt, hier die ganzen Straßenschilder, Hulschinadamm, ja, die Ampeln hier mal schauen. Muss man mal gucken, äh, ob die funktionieren. Obwohl, wir befinden uns eigentlich im Simulator. Also eigentlich sollten sie funktionieren, funktionieren aber nicht. Ja, sonst haben wir hier natürlich diese schöne Passage hier. Oh, hier ist, hier ist irgendwas passiert. Und da muss man auch nochmal ran, dass so ein hässlicher Fehler nicht da sein darf. So, hier nochmal, natürlich, hier müssen, was sind hier, die Elsenstraße. Und, ich weiß gar nicht weiter, glaube ich, war noch nicht, oder? Was haben wir hier? Hier haben wir ein Schild. Achso, Achtung, Straßenbahn hat Vorrang. Hier ist ein Spline irgendwie unterbrochen aus irgendeinem Grund. Die Straße ist eigentlich in der Realität, äh, viel, viel dichter. Also die ist viel enger. So, achso, hier haut irgendwas mit, äh, der Polygon. Achso, er hat hier den abgesenkten Bordstellen drin, also wie es hier aussieht. Und das hat jetzt irgendwie was verursacht hier, dass das Ganze jetzt so dementsprechend, äh, ja, hier hängt auch wieder, die Bänke hängen hier in der Luft. Hi, 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 hi. Aber sieht eigentlich cool aus, ne? Also, muss ich mal sagen, ne? Also, so die, das mit den Haltestellen, wie ich sie hier sieht, also ich finde auch, es sah damals echt nicht hübsch aus, so dieses, ähm, diese, diese fertige Haltestelle. Sie war halt fertig, ne? Dadurch war es ein bisschen entspannter, das Ganze zu bauen. So, und sonst haben wir hier, ich guck mal gerade, hat hier, echt hier, hat hier überall, achso, guck mal, er hat hier auch überall Garagenhäuser noch hingestellt hier. Aber das kommt auch nicht alles von mir. Und jeweils immer mit abgesenkten Bordstellen, du musst dir mal vorstellen hier, dass er sich hier für eine Mühe macht, ja, dass das Straßenbahnforshausen, oh, guck mal, sogar meine Schaukel hat hier einen Weg hier reingefunden. Also, er macht sich hier wirklich eine riesen, riesen Mühe, dass das Ganze dementsprechend, äh, sehr hübsch aussieht. Also, das muss man mal lassen. Das muss man mal lassen. So. Ja, sonst, ähm, muss ich sagen, ist hübsch geworden, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Aktuell befindet sich das Ganze ja noch, äh, aktuell in dem VIP-Status, also Work in Progress. Das dauert noch ein bisschen, bis das Ganze fertig ist. Und so wie ich den Joe verstanden habe, wird der Release dann auch erst dann da sein, wenn er soweit erst mal fertig ist, dass er das annehmen kann. Und dann haben wir hier diese Qualität in Straßenbahnforshausen wie seine Linie 68. Und, äh, jeder, der mich jetzt schon eine ganze Weile verfolgt hier, der weiß, dass ich persönlich die Linie 68 sehr liebe von der Strecke her. Deswegen freut mich das halt wirklich, dass sich der Joe, dem, wie gesagt, angenommen hat und das Ganze jetzt hier dementsprechend hier umbaut. Und, ähm, das natürlich jetzt mal für Straßenbahnforshausen 1.0 fertigstellt. Ja, es sind weitere Pläne da, aber über die möchte ich jetzt hier nicht reden. Das muss, äh, Joe in naher Zukunft machen. Auch gibt es eine Website von Joe, da könnt ihr gerne mal raufgehen und findet denn aktuell seine ganzen Projekte, die er hat. Natürlich sind auch geheime Projekte schon auf der Seite vertreten. Und natürlich ist aber auch Großkreuz aktuell mit auf der Website. Also, das heißt, wir haben uns so ein bisschen miteinander verbündet, ja. Äh, auf einer Website finde ich ziemlich cool, eine klasse Sache. Also, schaut mal vorbei auf der Website, würde ich mich freuen natürlich. Und der Joe sowieso. Ähm, da erfahrt ihr dann zum Beispiel alle neuesten News oder sowas, wenn es jetzt halt irgendwelche großartigen Sachen irgendwie so rund um, äh, Linie 68, Straßenbahnforshausen 1.0 oder dem geheimen Projekt von Joe. Oder irgendwas mit Großkreuz aktuell ist. Wobei ich da sagen muss, aktuell hänge ich sehr viel mit dem Objektbau hinterher, ähm, weswegen da die Karte jetzt ein bisschen gerade drunter leidet. Aber ohne Objekte macht eine Karte keinen Sinn. Von daher denke ich mal, geht das schon in Ordnung, ähm, dass das Ganze jetzt mal kurz mal so ein bisschen einschläft, damit wir halt in Ruhe halt Objekte bauen können. Wir brauchen Häuser, Leute. Wir brauchen Häuser. Also, setzt euch ran und bastelt Häuser für Großkreuz. Ja, sonst, ähm, könnt ihr gerne mal eure Meinung halt hier mal in die Kommentare posten. Und was hattet ihr dann so aktuell von, äh, Straßenbahnforshausen 1.0? Äh, ja, denn, wie gesagt, äh, Tipps, Tricks oder sonst irgendwas, wie gesagt, alles unten reingeschrieben. Und dann, äh, der Joe wird sich das auf jeden Fall durchlesen. Auch weiß ich jetzt schon, dass er jetzt gleich wieder in die Tasten wütend ballert und, äh, mir jetzt gleich wieder einen Riesentext jetzt, äh, raufschreibt, was ich denn immer alles für viele Fehler finden muss und dass das alles mit Absicht ist. Hahaha. Nein. Auf jeden Fall großartige Arbeit hier, äh, von meiner Seite hier an den Joe. Und, äh, ja, wenn euch das Video gefallen hat, äh, dann könnt ihr das auch gerne natürlich in die Kommentare posten. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.